Der Herzog und die Herzogin von Sussex haben in letzter Zeit keine gemeinsamen Auftritte gehabt, und jetzt erklärt ein königlicher Experte, warum das eine gute Sache ist. Prinz Harry wurde von einem königlichen Experten als Gegenspieler für Meghan Markles Auftritte bezeichnet, der ihn für seine jüngsten Solo-Auftritte in den USA lobte. Der Herzog von Sussex nahm diese Woche an einer Reihe von Veranstaltungen in New York teil, um die Klimawoche zu feiern, und er wird bald nach Großbritannien reisen, um am 30. September an einer Veranstaltung in London teilzunehmen. Harry wurde nicht von seiner Frau begleitet, die ihn auch nicht nach Großbritannien begleiten wird. Nun behauptete die königliche Expertin Hillary Fortwig, dass Harrys Reise nach New York ein Erfolg gewesen sei und dass seine Solo-Ausflüge für wohltätige Zwecke den Weg ehnen könnten, die öffentliche Wahrnehmung von ihm zu ändern und ihn relevant erscheinen zu lassen. Sie sagte Fox News, bisher war seine NYC-Reise für Harry ein Erfolg, weil er bei dem geblieben ist, was er gut kann, nämlich sich für eine gute Sache einzusetzen, genau wie seine Mutter. Dass er davon absieht, seine eigene Familie zu kritisieren und ständig über sein sehr privilegiertes Leben zu jammern, ist viel lebenswerter. Tatsächlich könnte es ein erster Schritt auf dem Weg zurück zur Relevanz sein. Harrys Auftritt in London markiert ein weiteres bedeutendes Ereignis ohne Meghan Markle an seiner Seite, sagte Fortwig. Eigentlich war es eher umgekehrt, da er als Plus Eins bezeichnet wurde. Noch schlimmer als ein Ersatz wurde er bei Meghan Markles Auftritten eher zu einem Gegenspieler degradiert, behauptete sie. Bisher war seine NYC-Reise für Harry ein Erfolg, weil er bei dem geblieben ist, was er gut kann, nämlich sich für eine gute Sache einzusetzen, genau wie seine Mutter. Es ist viel lebenswerter, dass er seine eigene Familie nicht kritisiert und sich nicht ständig über sein sehr privilegiertes Leben beschwert. Tatsächlich könnte es ein erster Schritt auf dem Weg zurück zur Relevanz sein. Der Experte fügte hinzu, Harrys Auftritt in London markiert ein weiteres bedeutendes Ereignis ohne Meghan Markle an seiner Seite. Eigentlich war es eher umgekehrt, da er als Plus Eins bezeichnet wurde. Noch schlimmer als ein Ersatz wurde er eher zu einem Kontrast zu Meghan Markles Auftritten degradiert. Der Herzog von Sussex hat zuvor gesagt, er sei besorgt, seine Frau und seine Kinder, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, nach Großbritannien zurückzubringen, da er sich weiterhin mit der britischen Regierung über seine Sicherheitsvorkehrungen streite. Unterdessen ist bekannt, dass die Herzogin regelmäßig zu Hause bleibt, um sich um ihre beiden Kinder zu kümmern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017